Also, grüß euch Leute. Hallo Gunnar. Vielen Dank für deine E-Mail, lieber Gunnar. Hat mich besonders gefreut. Gunnar schreibt, vielen Dank für dieses wirklich gute Buch. Es beschränkt sich auf das, worauf es wirklich ankommt, ohne über zig Seiten unwichtige Dinge zu beleuchten, nur an meinem Buch künstlich aufzublähen. Dafür meinen Respekt und meinen Dank, denn auch meine Zeit als Leser und Hörer ist kostbar. Lieber Gunnar, vielen Dank für dein Lob. Freut mich wirklich, denn genau deswegen habe ich es geschrieben. auf den Punkt gebracht und ohne großes Gefasel. Zweitens hat Gunnar zwei wirklich gute Fragen, die ich denke, könnten euch auch interessieren. Die erste Frage ist, hey Flo, du schreibst in deinem Buch etwas von 6,5%. Ist das denn heute in der heutigen Zeit überhaupt noch durchsetzbar? Das war Frage Nummer 1. Zweite Frage, man investiert ja auch viel Zeit für die Immobiliensuche, sich in das Thema anzulesen. Man geht in Verhandlungen mit verschiedenen Verkäufern, man muss zum Notar gehen, man muss zur Bank gehen. Vielleicht hat man noch Ärger mit Reparatur und Mieten. Muss das nicht eigentlich auch alles in die Rendite mit eingerechnet werden? Und frag dann, vielleicht kannst du ein bisschen was von deiner Erfahrung darüber erzählen. Gunnar, das mache ich gerne. Ich habe das Ganze mal in so drei Punkten zusammengefasst. Der erste Punkt ist Zinssatz und Kaufpreis, der zweite Punkt Zinssatz und Rendite und der dritte Punkt Aufwands und Rendite. Thema Zinssatz und Rendite. Meine persönlichen Beobachtungen sind ganz einfach. Umso höher der Zinssatz, umso niedriger der Kaufpreis und umgekehrt. Warum ist das so? Meine persönliche Erklärung ist ganz einfach. Wenn auf dem Immobilienmarkt Objekte angeboten werden, dann ist es meistens so, dass sich der normale Durchschnittsbürger vielleicht im Monat für seine Wohnung vielleicht eine Rate reisten kann, so zwischen 400 und 600 Euro. Und wenn jetzt die Zinsen ganz niedrig sind, dann würde ja eigentlich diese Rate vielleicht unter dieses Niveau kommen. Entsprechend, ich sage mal so, haben dann die Verkäufer die Möglichkeit, einfach die Kaufpreise anzuheben und sorgen damit dafür, dass eigentlich immer in diesem Tunnel letztendlich die monatliche Rate für dieses Objekt liegt. Anders ausgedrückt steigen die Zinsen, muss der Kaufpreis senken, damit die monatliche Rate in diesem Tunnel bleibt. Und sinkt der Zinssatz, dann steigt letztendlich, kann der Kaufpreis letztendlich steigen, weil der Kunde oder der Wohninteressent immer noch dann in dieser Rate bleibt. Also das ist so ein gewisser Zusammenhang. Zweites Thema natürlich Zinssatz und Rendite. Auch wieder eine Beobachtung, umso momentan ist es natürlich so, als in so einem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, das war 2005, war der Zinssatz so bei zweieinhalb, drei Prozent. Und letztendlich, ich sage mal so, war damals die Rendite und Objekte, die ich gefunden habe, ungefähr so mit zwischen sechs und sieben Prozent Rendite zu finden. Klar, wenn der Zinssatz sinkt, dann sinkt in der Regel auch ein bisschen die Gesamtkapitalrendite. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn der Zins, das ist ja auch ein Kostenpunkt, den ich habe. Und wenn meine Kosten, ich sage mal so, sich reduzieren, dann kann sich auch ein bisschen die Gesamtkapitalrendite reduzieren, ohne dass es mich eigentlich, ich sage mal, groß tangiert. Anders ausgedrückt, wenn jetzt wieder die Zinsen steigen werden, dann muss auch wiederum die Rendite etwas steigen, damit ich sage mal so, ich mit der Kaltmiete, die ich von meinem Mieter bekomme, letztendlich die Immobilienrate noch bezahlen kann. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Zinsen eher niedrig sind. Ich habe, glaube ich, im Dezember sogar für 1,01 Prozent auf zehn Jahre finanziert. Entsprechend, sage ich mal so, habe ich momentan auch eher Objekte, die vielleicht, ich sage mal, nur sechs Prozent machen oder sechseinhalb Prozent machen. Früher hatte ich sogar welche, die acht Prozent machen. Während dann, ich nehme mir jetzt an, momentan zeigt, steigt der Zins wieder so ein bisschen, dann müssten eigentlich auch, ich sage mal so, die Rendite wieder ein bisschen steigen, um, ich sage mal so, damit das Verhältnis gewahrt bleibt. Also so meine persönlichen Erfahrungen. Thema Aufwand und Rendite. Das schönste Gleichnis, was ich finde, was es da gibt, ist der sogenannte Bauer, der sein Feld bestellt. Sagen wir mal so, wenn der Bauer überhaupt nichts macht und sein Feld einfach so vor sich hingammeln lässt, dann ist in der Regel die Rendite, der Ertrag, den er daraus erwirtschaftet, null. Umso weiter du dein Feld letztendlich kultiviert und so besser du das machst, umso mehr du dich mit deinem Feld auseinandersetzt und vielleicht Techniken lernst, wie man dieses Feld perfekt kultivieren kann, umso höher wird auch deine Rendite sein. Wenn du letztendlich das aufs Arbeitsleben übertragen möchtest, wäre das so, wenn du, sagen wir mal so, versuchst, den Aufwand vielleicht vorher auf null zu reduzieren und möchtest sofort Lohn bekommen, dann wäre wahrscheinlich der einfachste Job, ich sag mal so, mit einer kleinen Einarbeitungsphase vielleicht irgendwo als Fließbandarbeiter oder letztendlich arbeiten, wo man, ich sag mal so, keine große Anlernphase braucht, kein Studium braucht. Da hast du natürlich das Problem, dass die Rendite nicht so hoch ist, sprich der Stundensatz. Wenn du jetzt ein Anwaltsstudium machst oder Medizin studierst, musst du vorher ganz viel investieren. Dafür wird dann der Stundensatz ein anderer sein. Das heißt, du hast immer, ich sag mal so, ein gewisses Verhältnis von Aufwand und Rendite. Wenn du jetzt im Investmentbereich im Prinzip überhaupt keinen Aufwand willst und willst auch gar nicht nachdenken, dann wäre wahrscheinlich das beste Produkt das Sparbuch. Aber meine Sparkasse hier in Nürnberg zurzeit gibt mir eine Rendite auf mein Sparbuch von 0,0%. Das heißt, das wäre der Ertrag. Ich tue nichts und kriege nichts. Also muss ich leider jetzt irgendwie aktiv werden, um eine gewisse Rendite zu erzeugen. Und meine Erfahrung ist, umso mehr ich aktiv werde, umso mehr ich lerne, umso mehr Verhandlungen ich tätige, umso größer meine Chance auf einen richtigen Superdeal, wo ich dann vielleicht auch mal 7 oder 8% bekomme. Und dann wird letztendlich der Aufwand, den ich habe, mir danach vergoldet. Deswegen kann man nicht so einfach sagen, ja klar, du musst dir viele Objekte angucken, das ist ja alles viel Aufwand. Das stimmt. Du musst Zeit investieren. Wie sagt Warren Buffett, there is no free lunch. Das geht natürlich auch für den Billion Investment Bereich, aber der Aufwand in der Regel lohnt sich. Das Schöne ist, am Anfang suchst du dir vielleicht, ich sag mal, so eine kleine Wohnung. Hinterher kaufst du vielleicht, ich sag mal, so zwei oder drei irgendein Paket. Der Aufwand im Prinzip ist dann immer der gleiche, aber die Rendite erhöht sich auch. Das heißt, im fortlaufenden Prozess, mit jeder weiteren Investition, die du tätigst, wird die Zeit bei der Bank kürzer. Beim Notar hockst du eigentlich auch nur ab, weil du kannst nebenbei was anderes machen, wenn du vorher den Vertrag gelesen hast, weil letztendlich du das ganze Prozedere schon kennst. Nix halt freundlich, trinkst deinen Kaffee. Auch ist die Verhandlung fällt dir relativ leicht, weil du es halt schon 10, 20 Mal gemacht hast. Das heißt, hier hast du auf jeden Fall mit jedem Invest, was du machst, so meine Erfahrung, immer mehr einen kleineren Renditevorteil. Trotzdem, deine Fragen sind super, Gunnar. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und vielleicht hat es auch dem einen oder anderen Leser interessiert. Danke.